Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Mit der gegenwärtigen Astralenergie werden Sie sicherlich häufig Zeuge von Gelegenheiten werden. Bei denen Ihr Urteilsvermögen auf die Probe gestellt wird. Dies ist eine Zeit der Entschlossenheit für Sie, und in keinem Bereich Ihres Lebens ist es wichtiger, gute Entscheidungen zu treffen, als wenn es um Ihre Gesundheit geht. Man kann nicht sagen, was die Zukunft bringt, aber Sie können sich darauf vorbereiten, indem Sie Schritte unternehmen, um Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Wir treffen täglich Entscheidungen über unsere Ernährung, Ruhe und Bewegung. Setzen Sie Ihre Kräfteweise ein. Karriere Jemand, der Sie gerade um einen Gefallen gebeten oder um Informationen gebeten hat, braucht eine zeitnahe Antwort. Zögern Sie nicht länger. Jetzt ist es an der Zeit, diese Person zurückzurufen oder ihre Nachricht zu beantworten. Die Schnelligkeit, mit der Sie dies tun, ist ein wichtiger Faktor für Ihren Erfolg. Liebe Vielleicht fühlen Sie sich heute ein wenig mürrisch. Wenn Ihr Liebster Sie ganz sanft fragt, was los ist, nehmen Sie einen wunderbaren schmollenden Gesichtsausdruck an. Sie könnten ewig so weitermachen, aber das ist eine furchtbar lange Zeit. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie erwachsen werden und sich Ihrem Alter entsprechend verhalten. Ihr Partner wird das sicher zu schätzen wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!